Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included, natürlich wieder ein Basisspiel, es geht ja weiter. So, ja, ich hoffe ihr habt so ein bisschen die letzten Informationen im Spiel verdaut hier, was ich jetzt hier so ein bisschen gesagt habe zum Organisatorischen und so weiter, ne. Ja, ähm, wie gesagt, natürlich, nochmal um es kurz zu sagen, es wird sich ein bisschen was ändern, aber nichts Gravierendes auf dem Kanal hier sozusagen, ne. So, jetzt, das hat sich jetzt automatisch schon eingezogen, das hier müsste schon auf Start stehen, wenn, ja gut, das Einziehen war zu schnell, weil das kann nicht gebaut werden hier, das Steckerchen her. Und dann können wir nämlich im Prinzip auch die Rakete schon losschicken. Ja, wie gesagt, wir gehen da hoch, wo es nochmal Kühe gibt, also wir hätten da auch kürzer fliegen können, aber wir haben eh mittlerweile Treibstoff im Überfluss, das wissen wir alle, ne. Ne, das irritiert mich jetzt gerade so ein bisschen, dass da in der Mitte der Sauerstoff ist und, äh, das Bedrohung hier in der Leitung steht, ne. Aber, ja, das macht ja nichts, das Bedrohung kann hier ruhig in der Leitung stehen, da brauchen wir nicht hier zurück. So. Den ziehen wir wieder ein. Und das ist gebaut, dann können wir das nämlich auch einziehen. Das Startsignal ist gegeben, weil die Schalter immer gleich, ähm, ein sind. Und da sieht's auch am Schalter nach unten, rotes Signal, nach oben, grünes Signal. Je nachdem, wie der Schalter gedreht ist. Ähm, ich weiß klar nicht, ob man den andersrum drehen kann, also so, dass er, ähm, praktisch, dass das, dass das dann unten, äh, grün ist. Und anders eben, ja. Ich hoffe, ihr versteht's. So, eine Sternkarte. Und... Die Rakete heißt Inspiring Robot 2 jetzt hier. Ähm, warum? Hä? Warum meldet er jetzt hier zu weit? Hm. Ja, gut, dann gucken wir uns mal die Berechnung am Treibstoff hier aus. Gesamt... Gesamtreichweite 8000? Hm. Gesamter oxidierbarer Treibstoff. 2291 Kilo. Wirkungsgrad 40 Kilometer pro Kilo. Ja, gut, das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt 40 mal die 2000 hier nehme, dann habe ich die Entfernung, ja. Gut, Minus nen Gewichtsnachteil von 113.000 Kilometern. Ja, aber das hat der Kalkulator doch ausgerechnet. Gesamtschub. Hm. Er sagt, wir haben Gesamtschub für 121.000 Kilometern. Davon gehen 113.000 ab. Wem Gewichtsnachteil? Das stimmt definitiv was nicht. Weil laut meiner Liste 3 und dann 2000 noch was hier. Hm. Ja, aber wenn ich jetzt mehr Petroleum und mehr Oxidizer reingebe. Tja, das würde dann auch nicht funktionieren. Meins Ziel wäre hier der hier. Na, da geht's halt wirklich nicht. Weil nach Wasser erregnet sich der. Ja, gut, das ist die Masse hier, klar. 11,4 Tonnen, das wird hier abgezogen. Das ist der Gewichtsnachteil. Hm. Ne, ich kann's jetzt wirklich nur probieren. Einfach willkürlich. Ja, oder ich muss halt tatsächlich. Ich muss tatsächlich wieder ein Modul ausbauen. Ich gucke noch mal kurz auf einen schlauen Zettel. Ob ich mich da vertan habe. Äh, 60.000. Drei Cargo Bays. 2.291. Drei Treibstofftanks. Hm. Ich raff's grad nicht. Warum? Warum das nicht funktioniert. Das sind zusammen 1.800. Hm. Könnte höchstens ein bisschen mehr reinlassen. Und, äh, dass es vielleicht ein Rundungsfehler ist. Aber nee, das stimmt ja in der Rechnung nicht. Ah, wir probieren's einfach mal. Ich mach mal hier 500. Und da mach ich dann einfach 2.300 raus. So, dann müssen wir hier nochmal kurz einschalten. Mensch, so lang brauchen wir da gar nicht einschalten. Ich glaub, das reicht schon. Dass das vielleicht wirklich einfach nur ein Rundungsfehler ist. So, neue Druckerzeichen. Das ist bald halt liegen. Samen. Ja, gut. Meinetwegen. Warum haben wir eigentlich hier da Komma Also, es ist keine 300.000, sondern Komma 9999 Also, ist da ein Samen so irgendwie gefressen worden? Oder so, vielleicht. Das ist, äh, die Fische fressen nämlich, glaub ich, auch Samen. Also, diese Pakus, wenn man den Samen gibt. Weltraum ist ja abgeschlossen. Wahrscheinlich ist die große Rakete zurück, oder? Nee, 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 die kleine. Okay. Die Dampfrakete ist wieder zurück. So, jetzt mach schnell die Luke zu. Ja, nee. Bam. Ja. Wir haben es ja so gewollt. Ja, das war wieder mein Tankfolie. Da kommt der Tooltip. Wir haben es ja so gemacht, dass Override hier ist. Wenn die Rakete reinkommt, dass, äh, das dann aufgeht, ne? Dass die Türen wieder kaputt sind. So, haben wir jetzt den Treibstoff drin? Ja. Jetzt haben wir, jetzt probieren wir es noch einmal. Aber ich glaub nicht, dass das jetzt geholfen hat. So, Inspiring Rover. Ne, das hat uns. Auch wenn ich voll mache, dann der Treibstoff wiegt ja wieder was. Hä? Wieso ändert sich das jetzt gerade? Achso, ich kann hier langfahren. Was bringt uns das? Hm. Auch wenn ich jetzt die Rakete voll mache, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil ja der Treibstoff selber nochmal Gewicht hat. Ja gut, das wäre mein letztes, äh, Mittel, was ich machen könnte. Wir erhöhen das auf die volle, maximale. Äh, 2700. Das heißt, Moment mal. Das ist ja dreifach, ne? Bei drei Tanks. Dann heißt es ja auch noch mal. Ja, doch, 2700 dann. So, jetzt müssen wir dann noch einmal. Noch einmal aufdrehen. Und wenn es da nicht geht, dann müssen wir eben mit zwei Modulen fliegen. Ja. Das ist aber auch kein Beinbruch, da müssen wir es halt nochmal umbauen, aber, naja. Gut, haben die jetzt eigentlich hier? Ja, die haben. Ähm, so, wie waren wir denn hier eigentlich verblieben? Da brauchen wir noch Strom. Ich weiß gar nicht, wo ich den Strom hernehmen will. Das haben wir noch gar nicht geregelt. Mein gut, da können wir uns eigentlich auf gar keinen Fall hängen. Äh, wenn, wobei, äh, die Chance, dass die, ja, wobei, die wird schon dauerhaft laufen. Ich hab jetzt eigentlich nur gemeint, dass die Chance halt einmal da ist, äh, dass die halt längerfristig laufen, beide zusammen. Weil dann, äh, fliegt mir das Ganze tatsächlich um die Ohren. Das ist schon richtig. Na gut, was, was, was hält uns auf, wenn man nicht hier noch... Ach so, ja, der Tank ist schon wieder voll. Ich hab gedacht, es dauert länger. Naja, gut, dann können wir ja gleich mal wieder weitermachen. Also, jetzt müsste hier alles voll sein. Wir gucken abermals hier rein, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Eins, Inspiring Rover. So, jetzt sind wir natürlich noch schwerer. Ja, jetzt hat es eine Gesamtreichweite von 2528. Ja, oder aber... Der biologische Frachtraum. Der zählt was anders, als was anderes. Dass der schwerer ist. Sieht man das einfach irgendwo, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, trocken wir so nass mal. Hm. Ressourcen verfügbar. Hm. Ja, es ist jetzt einfach ein Versuch. Ich kann es nur versuchen. Ich würde es hier einfach nochmal den, äh, austauschen. Das würde es einfach drei Module praktisch bauen. Dann holen wir halt keine Kuh mehr ab, auch wenn sie lustig ist. Ja, und wenn das nicht klappt, dann machen wir es einfach so, dass wir den Container hier unten reinbauen und dann einfach das Ganze nochmal eins kürzer nehmen. Ja, so, so der Plan. Tut mir leid, dass es jetzt wieder alles so umständlich ist, oder dass wir uns jetzt die ganze Zeit mit der Rakete beschäftigen. Wir müssen ja irgendwie die Zeit hier überbrücken, dass wir die hier, wenn die wieder zurück ist, wir sie umgebaut. Es spielt dich jetzt eigentlich eher nur noch da drauf ab, dass wir zum Zeitriss irgendwann fliegen. Aber da möchte ich vorher tatsächlich alle Planeten erkundet haben. Ich möchte wissen, ob es hier irgendwo auf dem Planeten Wolfram mitgibt. Ja, jetzt habe ich es einfach mal richtig gesagt. Ja, wenn man zu viel über das Wort nachdenkt, dann, ja, dann wird es meistens nichts. Ja, wenn man es dann so beiläufig ausspricht, dann, ja, irgendwie kennt er das irgendwie, dass man da sich verhaut und, ja. Ja, jetzt ist das Problem nur, ich kriege jetzt hier nichts mehr raus, wenn ich jetzt hier wieder zurücknehme, das Ganze. Weil wir sind jetzt schwerer mit dem Mehrtreibstoff, das ist ja das Problem. Wir sind jetzt eigentlich schwerer, aber trotzdem, es ist... Ja, ich probiere es jetzt tatsächlich, ob das geht, ob wir da jetzt nochmal zurück können nach 2291. Ne, also, das kann man nicht mehr zurück, das wird, das fällt hier nicht raus, aber wie im DLC, da fällt es dann wieder raus, die Menge, wo man nicht braucht. Oder auch wenn ich jetzt 491 einstelle. Ne, das fällt einfach nicht, es geht nicht mehr raus hier, die Flüssigkeit ist drin. Ja, wir könnten höchstens mehr zu einem anderen Planeten fliegen, aber wo halt... Ne, das können wir ja auch nicht, das wird ja nicht akzeptiert, ne. Vergesst es einfach, was ich da gesagt habe. Ne, ne, das ist, äh... So. Jetzt, äh, wie oder was, oder... Ach so, ja, die Kühlung hier. Äh, ne, nicht die. Die Kühlung hier. Die müssen wir ja noch befüllen. Und ich habe ja eigentlich vorgesehen, weil wir hier diese hohe Temperatur haben. Aber wobei, äh, wir könnten auch wieder normales... Also, normales Dreckwasser reinfüllen. Wir könnten auch, warte mal, ne, Salzwasser ist, glaube ich, nicht ebenbürtig, ne. Ne, Salzwasser. Ne, ne, das kann man... Das ist... Der Unterschied ist mir zu krass, ja. Außerdem ist die Leitung nicht, aber... Ja, wir müssen da wieder mal... Haben wir noch irgendwo ne... Ne, die haben wir nicht mehr, okay. Die Pumpe, die das befüllt, dann hat, aber... Ja gut, dann machen wir jetzt folgendes. Wir machen jetzt hier mal die Sache klar hier, dass wir das am Start haben. Ach, das heißt, wir bauen hier wieder... Abissle Kabel. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Könnten jetzt auch folgendes machen. Das wird's einfach hergehen. Den hier anschließen. Ne, wir bauen hier auf jeden Fall nochmal... Ja, das ist egal. Und jetzt sowieso hier nochmal eine Leitung, die hier runter geht. Ja, aber wir können es anders machen. Wir können zum Beispiel dann die Leitung nehmen. Können die da anklemmen. Na, das bringt aber auch nicht viel. Warte mal, hier kommen wir... Hier kommen wir rein, okay. Können wir hier nämlich... Das so anschließen, ja. Wir könnten auch das Ganze hier nochmal ein bisschen aufteilen. Ne, wartet mal. Stop. Komm hier nimm mal hoch, weil ich da keine Leiter bauen kann, wegen den zwei Pumpen. Ups. Da können wir aber... Das müssen wir... Üppala. Ei, ei, ei. Das können wir aber so rumlegen. Drum. Das Leiterkabel wird dann... Wir machen hier einen neuen Pfad. So. Und wenn das fertig ist... Na gut, der Macher. Na ja. Ja, nee, da können wir einfach hier eine Brücke einbauen. Dann ist das okay. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich habe es wieder kompliziert machen wollen. Ne, ne. Das können wir einfach machen. Das muss nicht so kompliziert sein. Dann. Das ist ja eigentlich schon eingestellt alles, ne. Man muss bloß die ganze Sache wieder einschalten. Warte mal. Acht. Nur mal einen Block ändern funktioniert, ne. Dann müssen wir hier die Enter-Taste drücken. So. Um das zu aktivieren. Wie also ein bisschen die Shortcuts immer benutzen, ne. So. Ist jetzt die Rakete wieder verändert? Haben sie das eingebaut? Jawohl. Aber wahrscheinlich geht es auch da nicht. Der biologische Container wird eigentlich in dem Rechner, wo ich die ganzen Werte übertragen habe, auch als Frachtcontainer gewertet, denke ich mal. Aber ich denke mal, dass das jetzt... Das kann jetzt natürlich sein, dass natürlich jetzt, weil wir eh zu viel Sprit drin haben, dass das nicht funktioniert. Oder das... Da bin ich stark da... Ja. Okay. Wir sind zu schwer. Also das, äh... Könnte ich eigentlich streichen hier aus der Liste hier. Das funktioniert nicht. Schade. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja gut. Klar, was wir machen. Wir zerlegen jetzt das hier wieder. Jetzt zerlegen wir das Command-Modul. Wir bauen das einfach eins kürzer. Was wollen wir machen, ne? Das ist... Es tut mir leid, wie es ist, aber es ist eben so, ne? Ja, Speicher wieder. Ja, ich hoffe, dass die, wenn ich da jetzt ein Modul rausgenommen habe, ob sie dann fliegt. Das hoffe ich ganz inständig. So jetzt... Äh, warte mal. Ja, das können es jetzt zerlegen. Und gleich neu bauen, dass wir gleich sofort die Dinger wieder einstellen können. So, wie heißt sie jetzt? Ah, Jupiter, ähm, 4. Ist ja geil. Also, wer Lost in Space geguckt hat mit den Robinsons. Also, es ist eine geniale Serie. Die gibt es, glaube ich, auf Netflix. Müsst ihr unbedingt mal geben, wenn ihr so Science-Fiction-Fans seid. Also, ich fand sie eigentlich genial, wir machen die, äh, Serie. So. Okay. Okay. Was war jetzt noch mal? Ach, wir können das ja koppeln, ne? Einfach Home-Eye. Ja. Ja, aber da kann man sich ausschalten. Ne, wir machen's... Ne, wir machen's... Wir machen's wieder so, aber, äh, stopp. Ach, ist egal. Dann wird's halt komplett aus Stahl gebaut. Und ich und meine Schalter hier. Jetzt habe ich schon so viele Schalter hier verbaut, ne? Das ist ja gar nicht mehr feierlich. So. Zack. So, und Niesbett kommt jetzt hier wieder rein. Ja, diesmal habe ich es richtig gesagt. Ja. So. Und dann haben wir hoffentlich mal ein Ende von dem Ganzen. Gut, äh, wie schaut's denn hier jetzt aus? Ach, das kann... Das wird nicht gebaut, weil die Priorität zu niedrig ist. Da machen wir mal mindestens eine 7 drauf. Ja, ein Teil haben sie tatsächlich schon gebaut. Wow. Aber ein anderer Teil halt wiederum nicht. Na, die Rakete kommt ja bald zurück. So, ist Niesbett schon wieder drin? Ja, Niesbett ist drin. Der Artenanzug ist auch drin. Ich hoffe, ihr habt das wieder neuen ausgepackt hier. Ja, im DLC verreckend die Anzeige hier mit... Mittlerweile, äh, warte mal, ne, ist das hier eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Ja, doch, hier liegt ja wieder... Ach, verdammt. Hm. Na, ich... Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen können. Ich muss mal am Doc gucken, aber ich glaube, im Hauptspiel ist das Feature noch nicht drin, dass die Anziege kaputt gehen. Ne, die haben hier noch keine Haltbarkeit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die ganzen Features irgendwann, die im DLC gut sind, dass die, ob die hier ins Hauptspiel noch nachwandern, dass die nachgereicht werden. Ich meine, ich brauche es nicht unbedingt, dass natürlich die Anzüge Schaden nehmen. Und ich wäre auch für eine Option dankbar, dass man das ausschalten kann. Ich finde es halt... Ja, ich finde es gut. Ich finde es irgendwie realistisch, aber... Ja, weil so ist... Man stellt Anzüge her und vergisst die dann und lässt die einfach sein. Man stellt die einmal her und hat die halt für immer, ne. Ich meine, so tut es jetzt halt ein neues Element einbringen, dass man sagt, ja, man muss irgendwie wieder Schildfasen investieren. Mein Gut ist natürlich, dass man die vorhandenen reparieren kann. Dass man nicht niegelnagelneuerbar muss. Aber man kann sich ja dann so einen Austauschschatz nehmen. Dass man sagt, ja, wenn die repariert werden müssen, dann hat man gleich wieder neue. So, ey, wir sind wieder bereit. Wir sind wieder bereit. So, mal schauen, ob die Jupiter jetzt startfähig wäre. Gut, wir können nicht starten, weil, ja. Es ist gerade Sturm. Die Jupiter oder die Jupiter? Wie soll man es aussprechen? Ja, und die andere, oh, die kommt in 0,3 Zyklen. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich viel zu viel Sprit da. Wir könnten... Ja, wir hätten sogar bis... Ne, könnten wir nicht. Ne, bin ich jetzt eigentlich ganz behindert. Ne, bin ich nicht. Ähm... Ne, wir können... Ja gut, klar. Die Rechnung zeigt es. Wir können bis 64.000 Kilometer. Und wir haben eigentlich viel zu viel Sprit an Bord. Der tut sich ja hier wieder gegeneinander so ein bisschen behindern. Ne, aber ist egal. Der ist ja nachher eh nicht mehr da. Und der ist ja dann verbrannt, obwohl wir nicht verbrannt haben. Also jetzt ist nur noch die Frage. Entweder hier hin oder da hin. Wollt, glaube ich... Ne, da wollte ich eigentlich nicht. Verschmutzter Sauerstoff gibt es hier in gefrorenem Zustand wahrscheinlich. Den brauchen wir eigentlich nicht. Ne, da gibt es hier noch mehr. Hier gibt es Niob. Hier gibt es Fuller Reen. Ja, damit fliegen halt. Ne, ist ja Resin, Niob. Fuller Reen. Ja doch, wir bauen eine Fuller Reen. Ja, und die Kuh. Ja, wir haben es jetzt doch nicht mehr eingebaut. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob ich noch eine Kuh beiholen soll. Aber wir brauchen es ja eigentlich. Erdgas. Gut, wir haben jetzt extra einen Raum gebaut mit dem Chlor. Das funktioniert super. Und ja, ihr kennt es ja, wenn ihr die Folie gesehen habt. So, das ist auf Jupiter. Jawohl. Dann sind wir ja eigentlich startfähig. Also wir können schon mal hier das Signal geben. Das geht aber erst auf, wenn der Sturm vorbei ist. Ja, und die andere Rakete kommt jetzt zurück. Ja, doch, die kommt zurück. Aber wir haben, äh, warum funktioniert denn hier die Überbrückung nicht? So, ne, 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 ich hab... Hab den ja hier... Ja, ja, doch, ich hab den hier eingestellt, aber... Ah, jetzt wird es nämlich hier auch... Ja, und die hat es ja aber viel früher erkannt hier. Das ist ja eigentlich irgendwie komisch. So, jetzt kann die Rakete auch landen. Ich hab schon Angst gehabt, das funktioniert nicht. Und die Tür ist mal wieder irgendwann am Arsch, sozusagen. So, jetzt warte ich hier noch, dass der blöde Sturm vorbei ist, ja. Ja, das Beste ist, wenn hier natürlich offen ist und da fetzt dann das Zeug, dann fällt es hier vielleicht sogar runter. Ich mein, das fällt auch runter, wenn die Türen wieder aufgehen, ne. Ja, und da ist die Rakete. Brennen. Freigebrennt. Ja, aber nicht die Leitung hier durchschmoren. Ja, ne, die hat durchgehalten. Flop, 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 ja. Da ist die Forschungsdaten sind gekommen, ja. Und wie gesagt, da entsteht ja natürlich auch Wasser. Also Wasser und Sauerstoff zusammen verbrannt. Oxidieren sozusagen, wird ja dann wasserfrei. Deswegen ist ja auch Dampf. Ich hab ja immer gefragt, ja, warum? Wie kommt denn hier Dampf zustande, ne? Ja, gut, der Dampf reicht aber nicht bis hier runter, dass ihr zum Beispiel das Ganze hier kondensiert. Ne, ja, das hätte ja sein können, dass zum Beispiel hier, aber, ne, ist nicht. So, der Pilot will natürlich hier aussteigen. Ja, ich mein, der ist auch gleich wieder hier zurück. Ich mein, jetzt muss ich dann abermals auf die Liste gucken, aber jetzt, wie haben wir... Oder ist der Sturm immer noch? Ist das der gleiche Sturm von vorher noch? So, wir nehmen uns das Plastik hier mal geschwind. Ja, na, ich will starten. Und wenn, jetzt haben wir... Ah ja, doch, jetzt hat man aufgehört. Ja. Hab gar nicht, das kann nicht sein. Grün, grün und der startet nicht. So, die Mission müsste eigentlich starten, weil ich auf grün bin, oder? Ja. Sobald der hier praktisch die Startbahn nicht mehr blockiert ist, sollte jetzt die nächste Rakete überstarten. Eigentlich, der Anzug hier müsste ja eigentlich irgendwo kaputt gehen, oder? Wenn der da unten liegt. Und es geht wieder los, die Rassel der Rakete. So, tschüss, Niesbärd. Äh, Beet. Beet, Beet, Beet. Immer noch Beet. Mensch. Nies, Beet. So, machen wir zu hier wieder das Ganze. Ja, und jetzt schauen wir mal, hast du irgendwas Nettes mitgebracht? Ja, eine Oszillatorauflösung, genau. Aufladung, mein, natürlich. So, äh, wir waren jetzt, jetzt gucken wir uns natürlich auch den Planeten an, wo das hier erkundet hat. Terrestrischer Planet war das. Dornblühensahn und Pagos gibt es hier. Okay, Pagu, ah ja. Pulaurin und Niob, also hier gibt es das zusammen. Aber das bringt uns auch nichts. Das bringt halt nicht wirklich was, also, weil, äh, ich wollte eigentlich Wolfram finden, ne? Tauerstoff, Algen, Wasser. Ich meine, das ist ja eigentlich ganz angenehm da. Und Erde gäbe es hier. Ja, wie gesagt, Pulaurin wieder in Spurenelementmenge. So, der nächste wäre wieder ein Eisriese. Da, die Rakete hier hin. Das wäre jetzt, äh, 100.000 Kilometer. Ja, ihr kennt es ja schon, ich gucke wieder auf meine kleine Liste. Die ich jetzt an dem Wege nicht einblende, weil ihr sie eigentlich auch schon kennt. Ja, das ist eigentlich auch kein großes Primborium. Wir müssen einfach nur den Treibstoff herstellen. Ja, diesmal müssen wir auch wieder nichts baulich an der Rakete ändern. Dann, wir können da so ein bisschen, bis, äh, ja, bis, äh, 140.000, da müssen wir dann ändern, ja. Also, dann die Rakete umbauen. So, also, wir brauchen Gesamtoxidator 100.000, äh, jetzt müssen wir gucken, das war das alte. Jawohl, eine Zeile weiter runter. 1.335. 1.335, enter. Und, das heißt, Treibstoff. Haben wir das eigentlich aufgeteilt hier? Ne, da haben wir gar nicht lang gerechnet. 1.335. Hm. Ich würde jetzt auch nicht lang rumrechnen. Also, 600 wären dann 12. 735 müsste das sein. Ja, 735 bis 600 Kilo sind, sind das dann hier. Das, im Prinzip ist es egal, in welchem Tank wie viel drin ist. Wir müssen nur die Gesamtmenge ergeben, die wir ja mit 1.335 haben. Ist das jetzt richtig? Ich prüfe noch einmal. Hm, 100.000, 1.335. Ja. Stimmt. Das stimmt. Das heißt, wir können hier die Betankung starten. Einmal hier. Und einmal da. So. Schön. Na, das dauert jetzt wieder eine Weile. Ähm, warte mal. Ach so, ja, nee, wir haben... Ich glaube, ich fülle die Kühlung hier gleich anders. Aber warum wird das eigentlich gebaut? Aluminium. Ach so, weil wir kein Aluminium mehr haben. Warte mal. Können wir noch Aluminium herstellen lassen? Ah, wird hergestellt, okay. Warte mal, was stellt ihr gerade her? Volt am Organ. Nee, warte mal, Aluminium. Ach, wir haben auch kein... Ah. Ah, da liegt der Hund begraben. Wir haben auch kein Aluminium-Erz mehr. Warte mal, ähm, lass mich mal was gucken. Wir können ja rausfinden. Metall. Was aus was gebaut ist? Haben wir noch irgendwo Aluminium, was wir nicht unbedingt... Jetzt zum Beispiel Automatisierungskabel. Da haben wir noch ein altes Leiterkabel. Da haben wir noch sehr viel Aluminium. Ja, dann tauschen wir doch das Leiterkabel. Da geben wir teilweise sogar Gold. Ja, das ist Gold, aber darum geht es ja jetzt nicht. So, Strom. Leiterkabel aus Eisen. Dann tun wir mal hier das wertvolle Material hier holen. Warte mal, war das hier unten auch aus Aluminium? Ja. Ach, hier ist ein Kabel, wo das Gold ist. Ja, sehr witzig. Ha. Sauerstoff ist ja wieder voll. Danke. Also das funktioniert hervorragend. Na gut, und bei Wasserstoff wird es eine Weile wieder dauern, weil wir da wieder einen festen Block haben. Das ärgert mich halt so ein bisschen mit dem Wasserstoff hier. Ja. Ja, aber es regnet hier tatsächlich auch schon schön. Ja, aber ich baue jetzt wirklich dann so eine Sache an unserer normalen Stromversorgung. Na ja. So, jetzt haben wir auch wieder Aluminium. Ja, aber da hat er jetzt uns nicht gezeigt, also dass wir das nicht haben. Weil es gibt ja mittlerweile einen neuen Bug im DLC, dass da immer dann heißt, wer hätte das Material nicht dabei, hat man es. Das ist das Anzeige, also wer jetzt auch wieder die Folge weitergespult hat oder besprungen hat oder nur fünf Minuten angeguckt hat und gesehen hat, ich bin wieder bei den Raketen. Ja, dem sei es natürlich verziehen. Ich weiß, ich weiß, dass es vielleicht langweilig ist. Ja, aber ich finde es interessant. Also ich persönlich finde es interessant. Ja, ist so. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, ne, jetzt würde mich auch noch etwas anderes interessieren. Da unten haben wir jetzt bloß noch Ethanol. Hier oben tut der Dampf teilweise jetzt kondensieren. Es kann auch sein, dass unser Dampf ziemlich schnell wegbricht, aber naja, gut, bei der Menge, da hätten wir hier unten dann Überspülung. Ich meine, wir lassen im Moment das Wasser hier noch runtersickern. Das ist eigentlich auch egal, das kann ruhig passieren. So, und da bin ich eigentlich dran, dass wir vielleicht den Dampf hier... Weil wenn wir hier die Öffnung größer machen, dann müsste der eigentlich auch schneller rausdampfen, ne? Ja, es klingt nach einem Plan, oder? Ja, zumindest klingt es plausibel. Hoppala. Ja, zumindest klingt es doch plausibel, aber sogar noch verschmitzten Sauerstoff mit bei. Die Rutschstange mache ich auch mal bis ganz hier runter und dann lasse ich hier mal noch ein bisschen graben. Na gut, das ist jetzt ja ein bisschen doof. Doch da baut sich keiner in den Falle. Ansonsten müssen wir den halt wieder umgehen, befreien. Ja, hier habe ich halt auch schon überlegt, ob wir diesen Dampfraum hier auch mal... Ja, aber das wäre jetzt eigentlich auch dann, dass wir hier die ganze Wand hier abreißen vorläufig. Weil mit dem Vulkan tatsächlich habe ich eigentlich eh nichts mehr vor mit dem kleinen hier. Wir haben genug. Und der Energiewillen... Es ist unnötig einfach. Wir brauchen es einfach nicht. Aber ich überlege mir das noch, ob wir das dann hier anschließen oder nicht. Stopp, okay. Ich meine, ein bisschen Dampf können wir ja... Wir können eigentlich hier auch schon... Aber wir können hier schon so langsam zubauen und so ist es ja nicht. Ich hoffe nur, dass wirklich hier keiner runterfällt. Das wäre natürlich blöd. Blöd für den Duplikanten. Lustig für euch. Ja, und wieder blöd für mich, weil ich ihn dann wieder retten muss, ne? Na gut, das... Ne, die meiste Sache fließt ja ab. Das kann ja abfließen. Das ist in Ordnung. Ja, stolz auf meinen Glaskasten bin ich schon irgendwie. Wenn wir es mal so sehen... Das ist die einzigste Sporenblüte, die wir hatten, ne? Ja, da gibt es Karten, da hat man fünf Stück mindestens auch so. Aber wir haben auch nicht irgendwie jetzt aus Versehen eine ARK angegraben oder so, ne? Ne, das ist eigentlich alles safe. Ja, aus dem Vulkan wollte ich tatsächlich auch mal noch was machen. Na gut, aber da müsste eigentlich erstmal das Ethanol hier verbraucht werden komplett und ja. Jedenfalls ist der Spiegel des Ethanols hier schon gefallen. Und irgendwann wird der Fischfütterer hier aktiv. So, was ist... Aber wir haben ja schon mal geguckt. Ne, also hier definitiv können wir nur Algen verfüttern. Ja, aber im DLC fressen die Fische auch Samen. Also das ist was Neues. So, ich übertrage aber die Einstellung schon mal auf den hier, dass wenn der irgendwann einsatzfähig ist, dass wir da dann weitermachen können. Na, was ist denn das hier? Rohöl? Okay. Was? Da haben wir auch noch einen Vulkan, oder? Ne, weiß ich nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass überhaupt noch was ist. Ich meine, ich kann hier ja mal graben lassen. Und ich kann hier auch mal aufräumen lassen. Gut, ich meine, das hat mir schon ewig hier getriggert, der Überhitzungsschaden hier dazu die ganze Zeit am Rand steht. Und das sind ja nicht meine Gebäude, die hier defekt sind. So, der Dampf liegt gleich wieder weiter. Ja, und der Wasserstoff hier, der ist mehr geworden, ist er wieder. Ich sehe es doch. Der denkt hier gar nicht ran. Wieder, obwohl er eigentlich deutlich, ne, ne, deutlich ist er nicht, aber ne, ja, gut, er ist am Punkt, dass er wieder flüssig wird. Das ist halt auch was. Ja, das kann natürlich auch im Rohr gefrieren sofort, ne. Das, äh, da muss man halt aufpassen, ne. So. Na ja, gut, wir haben die andere Methode wäre natürlich, anstatt jetzt hier Aluminium zu suchen, krampfhaft, ja, äh, das war natürlich. Na, ich gucke aber trotzdem noch mal. Haben wir noch irgendwo Aluminium? Wow, oh Gott, das ruckelt auch wie die, wie die Pest hier, oder so weiter rausgescrollt ist. Na, wie war das mit Aluminium? Das war Eisen. Ne, das ist Aluminium. Haben wir nicht noch irgendwas Größeres als Aluminium? Na gut, da haben wir eine Batterie aus Aluminium. Gut, Radiatorrahrer ist klar. Aber ich hätte gedacht, vielleicht irgendwelche Ziegel aus Aluminium. Aber ich glaube, die meisten Gitterziegel habe ich schon ausgetauscht. Ach, ne, das ist das Goldammergarn. Die Farbe täuscht manchmal. Sag mal, hier, warum ist es so doof manchmal, hier, die Farbe hier von dem Material. Aluminium, da können wir noch, ah, da haben wir noch eine starke Leiterverbindung. Die können wir austauschen. Diese doch. Ich glaube, da ist auch mehr Material drin für so Kabel, jawohl. Schau mal, was wir da gefunden haben. Da haben wir noch so viel. Also, wobei es halt wirklich Sinn macht, solche dicken Kabel hier mit dem Kabel, hier mit dem dicken Kabel, dass die aus Aluminium sind. Es ist tatsächlich auch teilweise so. So. Ja, dann wird das System noch fertig gebaut, aber das bringt uns auch nichts mehr im Endeffekt. Wir warten eigentlich bloß noch auf die Regen, beziehungsweise ich. Ja, und da muss ich halt gucken, dass ich ja den Wasserstoff hier locker kriege. Weil wenn der Block hier, das muss ich wahrscheinlich wieder hier irgendwie, was das eben schmilzt, ja. An der Stelle, wo es nicht so kalt ist. An der Stelle ist es nicht so kalt. Und ich glaube, dann lasse ich den Behälter auch dann da nachher stehen, dass ich den dann praktisch einfach bloß noch... Also, das war ja so. Und wir haben hier... Ja, wir können ja auch ein Gitterziegel bauen. Wir haben das hier hingebaut, dann haben wir hier einen... Also, ich habe einen Ausgeber gebaut, glaube ich. Oder habe ich... Nein, ich weiß es nicht mehr. So, natürlich muss ich es nur auf Aufräumen stellen, sonst räumen die ständig wieder rein. Dann, äh... Das ist natürlich suboptimal. Gut, Leute. Jetzt habe ich mir schon wieder viel zu viel festgequatscht. Ich sage natürlich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es wieder beim nächsten Mal. Und, ja. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht einmal was anderes machen. Ne, ich hoffe halt, dass wir da die Rakete irgendwie betankt bekommen. Und, ja. Ich sage Tschüss, bis denn. Euer Lego. Bye, bye. Bye. Bye.